so lang lang ist es her dass ich hier war und da liegt die ja keine ahnung irgendwas über 40 und ich glaube die ist noch richtig fit oh ja die ist gut da hätte ich jetzt gesagt dem länglichen ja mit dieser man sieht wo die halterung dran war so länglich gehe ich zu 90 prozent davon aus dass die aus dem messer gefallen ist aus dem fadenmesser vom griff das ist eine weile her ja das ist eine weile her so ich dachte mir kommen jetzt mache ich mein video umgeklappt das signal ist immer noch 85 jetzt gucken wir mal hier oben wenn es zusammen da ist der schatten der schatten so rum da ist und geht wieder weiter zack die nächste ist die gut ist die die gut ist kein ab platzern nichts ich bin begeistert das gibt nichts vorstellen dass es gibt es nicht sie nehmen kein ende Kann mir recht sein. Weiter geht's. 85 auf der Heimatwiese. Könnte was werden. Ach. Ach komm. Ach komm, Alter. Es ist schon wieder halb weg. Aber ich bin da nahe dran. Es liegt also nicht allzu tief. Ich habe eine. Ich habe eine. Wie geil. Okay, dann habe ich sie hochkern umgedreht. Ja, 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 ja. Oh, wie geil. Wie geil. Und noch schön fit. Sehr, sehr geil. Ganz kleine Emailleschäden im roten Bereich. Die war auf jeden Fall von der Mütze oder Fettbluse. Die war nicht im Messer. Die hatte einen runden Blödpunkt. gesetzlich geschützt oder geschützte Gesellschaft. Eins von beiden. Verwechsel ich jedes Mal. Ja, sehr cool. Ups. Sehr, sehr cool. So, das mache ich jetzt diesmal so. Habe jetzt nicht extra noch das Handy raus. Geil. Okay, wir haben Besteck auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall Edelstahl. Göffel. Geil, Alter. Wo ist denn? Alter, wie sieht denn der Stempel aus? Wow. Alter. Ne, das war es erst mal. Alter, was wenn eh. Aber der ist. Wo ist die Halterung für den Göffel? Oder das kommt man rein gespannt? Hier ist sogar was aufge... G... Hier ist ein Name drauf. Ganz leicht drauf geritzt. Warte, ich hole mal die andere Kamera raus. Guck dir den Stempel an, oder? Guck dir den Stempel an. Wo ist denn jetzt auch hier? Andere Tasche. So, hier der nächste Edelstahl. Kollege wieder gefunden. Ein bisschen in die Sonne. Alter. Aus wie neu. Sieht aus wie neu. Und hier meine ich, da hat irgendjemand einen Namen drauf. Irgendwas steht da. Guck mal her, hier. Die Sonne. Guck mal scharf. Ne, funkt er wieder nicht. So, guck mal her, hier. Guck mal her, jetzt sieht man es schön. Wahnsinn. Wahnsinn. Absoluter Knaller. Na, gucken wir mal, ob noch mehr rumliegt hier. Knaller. Krass, Alter. Krass. Guck mal, wie perfekt dieser Adler ist, Alter. Sieht aus wie gefaked. Ja. Er kennelegt. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Na, schön in der Sonne. Wow. Hat sich ja schon gelohnt. Geil, 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 geil. Schön wäre es ja noch, am besten noch ein Waffen-SS drauf, Alter. Guck mal, ob noch ein Signal ist hier. Ich habe Eisen bei mir komplett ausgestellt. Aber das klingt nicht. Ich habe Eisen bei mir komplett ausgestellt. Das hat nur immer gekratzt und ich dachte, scheiße, buddeln zu machen. Du, im Loch kratze. Also, wenn ich die Signale habe, willst du? Also, hier kratzt noch was im Haufen. Guck mal. Aber ganz, ganz schlecht. Also, das würde ich jetzt wahrscheinlich auch... Ach, hier. Okay. Das war dann wirklich richtig kratzend. Es kann sein, dass ich das hatte dann als Eisen wieder. Ja. Das war jetzt also wirklich ein 1er Kratzen. Aber hier ist noch was. Ich gucke mal, ja? Hier. Scheiße. So, jetzt bin ich wieder dran nach dem Löffel. Und... Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Nicht eigentlich. Ich habe es mit dem Pin-Pointer beiseite gemacht. Da ist sie. Ich erkenne die Form so sehr. Ich habe, glaube ich, noch nicht so oft gefunden wie diese. Oh, ist die geil. Oh, ho, 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 ho. Tipp-top-Zustand, würde ich sagen. Tipp-top-Zustand. Wow. Da hat einmal so... Ende der Emaille einmal von oben nach unten so ein... Schaden. Aber... Ich kam jetzt auch mit einer 84 rein. Auf der HF-Spule. Krass. Krass. Sehr gut. Mit RZM gestempelt. Oh, sie ist leicht gebogen. Also wahrscheinlich die von der Mütze oder von der Bluse. Nicht aus dem Messer. Sehe ich schon an der Nadelaufhängung. Oder ehemaligen Nadelaufhängung. Jawoll. Na komm, machen wir so. Na? Schlüpfige kleine Scheiße sind so. E integrate back. Sera. Ja. Entquèje.